Liebe Airbrush-Künstlerinnen und Airbrush-Künstler, bis zum 31. Dezember habt ihr noch die Möglichkeit, die Airbrush Creative Box zu bestellen und die wird dann am 15. Januar ausgeliefert. Was ist die Airbrush Creative Box? Das ist eine Überraschungsbox für Airbrush-Künstler mit Anleitung, mit Schablone, mit Farben, mit Malgrund, mit Tools und Gimmicks, alles zusammen. Und wir hatten in den letzten Ausgaben dieser Creative Box schon eine ganze Menge verschiedene Motive untergebracht, zum Beispiel in der letzten Box das Indianermotiv auf einer Lederoberfläche. Das hat mir besonders viel Spaß gemacht, weil es mal was ganz anderes war. Und übrigens auch vielen Dank für das Einsenden der Motive beim Ausprobieren. Das macht mir viel Spaß zu sehen, ob das auch alles geklappt hat. Und ja, wie gesagt, bis zum 31. Dezember bestellen und dann wird die aktuelle Box dann am 15. Januar ausgeliefert. Schon mal so ein paar kleine Hinweise auf die nächste Box. Also es wird auf jeden Fall etwas Goldiges und es wird ein bisschen ägyptisch. Und es sind wirklich extremst viele Tools mit drin, mit Anleitungen in Deutsch und in Englisch und mit einer ganz, ganz detaillierten Schablone diesmal mit dabei. Also bis zum 31. Dezember bestellen. Am 15. Januar wird es ausgeliefert. Und ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch ins neue kreative Jahr 2024. Und bis dahin, euer Roger Hassler.